Schiele ist für uns ein wichtiges Lieferland und ein wichtiger Partner. Aus diesem Grund möchten wir gerne hier Verantwortung übernehmen, in dem Land, wo wir viele Rohstoffe beziehen, ein bisschen etwas zurückgeben. Und aus diesem Grund freuen wir uns sehr, heute hier zu sein und die duale Ausbildung hier kennenzulernen in dieser Schule, weil dies ein Projekt ist, das wir zusammen mit der AHK Schiele über die nächsten viereinhalb Jahre aufbauen, die duale Berufsausbildung in der Landwirtschaft. Wir sind sehr glücklich, mit diesem neuen Projekt von Aurubis und KAMTAL, in der Formation Técnica zu einem Liceo Técnico, hier in der Gemeinde, in der Spezialität Agropecuaria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017